hallo zusammen und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen runde world of warcraft heute mal ein kleines info video wir haben ja alle mitbekommen das neue addon kommt am 14 august ziemlich früh dieses jahr aber alle nicht mitgerechnet ich habe eher gedacht nach gamescom aber naja also ist es nun mal soweit und wie einige mitbekommen haben ich habe einen alpha zugang bekommen ich habe letztens schon mit roundy gestreamt da werden aber auch noch videos und auch noch mal single player streams kommen ich möchte heute aber mit etwas über mit euch über etwas anderes reden mein gott heute morgen ist es schwer ihr seht auf der uhr ist fünf uhr morgens die nacht war früh rum fragt mich nicht warum ich bin fit so die sache ist die dadurch dass das addon jetzt früh jetzt kommt habe ich mir halt auch noch mal gedanken gemacht was meine ganze erfolge angeht und da habe ich mir überlegt ich meine man sieht 19.000 punkte ich habe eine zeit lang war sehr aktiv die erfolgspunkte gemacht dann hatte ich jetzt eine ganze zeit überhaupt keine lust aber ich würde ganz gerne mit euch zusammen den weg gehen und meine erfolge nachholen ihr seht ich habe ein bisschen was zu tun also 1000 und so knappe tausend und ich würde echt sagen wir gehen stück für stück die habe ich letztens erst komplett gemacht wir machen wirklich stück für stück alles fertig und das würde natürlich am anfang bedeuten wir machen hier erstmal den questreiter und dann arbeiten wir uns dann so runter haustierkampf hatte ich ja auch schon mal privat gemacht und hatten wir ja auch als lp angefangen ich würde jetzt sagen haustierkampf bringen wir jetzt bin die ich jetzt hier mit ein besonders das sind erfolge die kann ich halt nebenbei machen da können wir einfach mal ein bisschen quatschen da kann ich halt erzählen was so los ist was so los war was so los sein wird ist geil ne und wie ihr sehen könnt ich habe eigentlich auch den meister der lehren schon längst gemacht ich habe sogar zweimal gemacht weil ich hatte den also den meister der lehren hatte ich fertig aber die quest habe ich schon zweimal gemacht und dann kam noch mal patch und es ist nicht alles fertig obwohl eigentlich ne und genau diese quest werden wir alle nachholen das heißt ich werde mit euch halt ja hier voller wagen und so ich werde mit euch wirklich jeden erfolg einzeln nachholen manche machen weil es alle seine videos zum beispiel hier gibt es mehr heißen so das sind ja so erfolge so einzelne erfolge oder hier checkrad bombe ich habe es damals zum aktuellen konnte ich habe es aber nicht geschafft außerdem fehlen mir glaube ich in schergrad war nicht unbedingt mein lieblingsgebiet da fehlen fehlt mir am meisten ruf oder hier dafür fehlen mir hier zwei sachen kataklysm fehlen mir auch toll bei ratz hatte ich irgendwann kein bock mehr switch an der kiste also es gibt halt einzelne quest die die habe ich damals immer wenn ich daran gedacht habe die zu machen hatte ich da keine lust mehr einiges wurde resettet und einiges habe ich auch auf einen anderen schar gemacht deswegen fehlen mir auch einige sachen aber wie ihr sehen könnt wir haben da noch einiges zu tun und das werden wir dann auch machen ich muss mal gucken ob ich bestimmte sachen als einzelnes video bringen ich meine die questerei im classic bereich das machen wir natürlich sofern es geht in einer folge je nachdem und den rest muss man gucken je nachdem was es für erfolg ist machen wir da einzelne videos draus ja wie sehen könnt da ist noch einiges ich bin mir auch sicher dass viele sachen wieder das mit den kugeln alter ich verkack immer die erste deswegen hier sind auch viele sachen die mir fehlen die mage tower sachen fehlen noch hier das wird hier da an sich nichts auch wenn man hier rein geht ich glaube vereinzelt fehlen genau die rahmops fehlen mir alle da könnte man vielleicht auch mal noch mal ein video zu machen wo es welche rahmen zu finden gnadenlose spuren da fehlen mir auch einige gerade hier der hat sehr lange gedauert weil die jäger den ja immer haben wollten und jedes mal wenn man einen gefunden hat hat einer aus der gill geschrien nein nicht töten ich brauch den noch ne kennt doch kennen wir alle entdeckt zwar anders ja das sind die schätze hier ach hei die rahmops also da habe ich einiges nachzuholen legionen habe ich als schamane gespielt äh in trainer legionen habe ich ja jetzt hier nach und nach jeder fehlt mir auch noch ein bisschen was das meiste habe ich übers angeln gemacht ach gott hier die ganzen schätze blitzschlag dem teufel ist schon eine ach so deck 40 schätze das ist dieser strudel da ja das sind so sachen die 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 muss ich dann schätze von sturmheim das sind alles so sachen die machen dann eher als tank hier fehlt mir auch noch was fehlt mir denn da hat die ganzen kisten okay hier fehlen mir noch zwei drei Mutter Rosula habe ich eigentlich gelegt ach ne jetzt kriege habe ich die gelegt das ist ja glaube ich die man als 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 die man mit diesem vergifteten mal darf beschwimmen ihr pvp es wird ja einiges auch wie gesagt resettet weil wir haben fast schon den nächsten wieder hier das ich habe definitiv mehr hier fehlt mir auch noch der ruf den habe ich da der eine ruf ist glaube ich nicht mal allzu lange weg den sattel werden wir wohl das ist jetzt die neue season müssen wir mal gucken dass sie sind das ist ein 6 3 3 also den sattel ja der prestige muss man noch fertig machen haben wir auch noch einiges vor uns hier da können wir auf jeden fall noch einige zeit mit verbringen das war wahrscheinlich alles so ein bisschen nebenbei machen hier sind auch noch einige alte sachen na unglücksberg die da muss man mal gucken plastic müsste eigentlich soweit weil hier macht man halt einfach zu viel schaden ne manche erfolge verkackt man immer wieder wieder keine lust müssen wir mal schauen rufe erste hilfe ist noch nicht ganz fertig auf allianzseite hatte ich den fast fertig außer in g ja und hier ist jetzt wieder alles muss man die ganzen zwinks nach oben ziehen hier ist auch noch ein bisschen der wird frei pandaria habe ich nicht wirklich fertig gemacht mit ihr aber auch nicht mit dem druiden den muss ich noch angeln das ist noch nicht die ratte die angele ich seit jahren die habe ich immer archäologie ist noch sehr viel zu tun ich muss mal gucken ob ich alles als video mache vielleicht machen wir es auch immer zwischendurch sachen die halt nicht so aufregend sind als quatsch stream oder als quatsch video so wie jetzt gerade so einmal kurz warten komm hau rein da 1 1 das ist gar nicht manchmal gar nicht so einfach da ist das nächste portal das gute am druiden sein ist man kann viele sachen dem fliegen machen so so den müsste ich ja eigentlich töten ach komm das machen wir auch mal eben ach komm das machen wir auch mal eben ach komm ja das macht sie ja nichts das macht sie nur bei den portalen ne schade aber auch haben wir irgendwie ein portal vergessen oh ich glaube ich bin zu früh abgehauen oder kann das sein ja ich bin zu früh abgehauen so jetzt lassen wir sie nochmal pusten komm drache komm wo bist du ah eigentlich war mal hier im portal okay hat er wahrscheinlich das falsche vorhin weg gehauen so drache komm pot 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 ich mach jetzt mal eben mit euch die kiste von heute weil die läuft ja in vier stunden drei stunden ab so jetzt töten wir ihn noch und dann sind wir fertig mit der ganzen prozedien komm her du ja komm zieh dich nicht na ich will noch mal gucken also mir fehlen ja auch noch paar mounds ich hab ja eins dass ich echt mal schaue dass ich hier mit dem na halt da alle mal um hier dass wir da echt noch ein bisschen mehr mit der ruftarmerei es wird ja auch schon reichen wenn wir gucken dass das hat die Twinks auch mittlerweile ist es ja so dass viele schon Ruf-Icons bekommen das heißt sie kriegen ihren Ruf langsam hoch und das kommt uns ja auch nur zugute wo reiten wir jetzt hin nach unten, nach oben wir reiten nach unten komm und dadurch wenn sie ehrfürchtig werden umso mehr Twinks ehrfürchtig sind umso mehr Ruf-Icons kriegt mein Druid weil es macht wirklich nur Sinn auf einem dann die Icons einzulösen die anderen kriegen ja sowieso zwischendrin dadurch dass sie ja halt auch ihre Quests und alles machen kriegen die ja auch schon mal die 10.000 der Krieger hat auch schon einige Paragon-Kisten gehabt aber es war leider nie was drin hmm schade schade aber das wollen wir machen ne so gucken wir mal ach ne und erzählt mal wer von euch hat denn auch einen Zugang oder was würde euch interessieren aus der Alpha zu sehen und diejenigen die natürlich daran interessiert sind etwas aus der Alpha zu sehen ich hab's ja auch der eine oder andere guckt sich das her nicht an weil er ja nicht gespointert werden möchte kann ich auch verstehen na kann ich verstehen ähm ist ja auch nicht schlimm ich meine wenn es dann wirklich da ist und die ganzen Sequenzen dabei sind ist das für mich ja auch nochmal ein ganz anderes Spielen ähm ich denke ich werde mir das auch nochmal alleine angucken das heißt mit Druinen werde ich ja mit Rowdy werde spielen und ich werde wohl noch meinen Priester also einen Priester erstellen mal schauen wie das ist dann unser Event würde sich mit Hexe interessieren aber Hexe ist ja nicht meine Klasse ich bin ja im Moment immer noch am Lernen und Üben und bin da ja auch nicht so der Profi was das angeht ich muss euch mal schauen ach einigen wird auch aufgefallen sein ich ändere im Moment die Thumbnails das habe ich glaube ich angekündigt im letzten Iron Man Video dass ich jetzt nochmal einiges überarbeiten werde ich muss mal schauen ähm ich werde jetzt nicht die ganz alten Sachen werde ich wahrscheinlich nicht umändern ich muss mal schauen vielleicht vielleicht auch nicht das war ein einheitliches ein einheitlichen Stil auf jetzt habe ich gerade Tasten gedrückt die ich hier gar nicht brauche das war ein einheitlichen Stil auf der Karte ach auf der Karte äh auf dem Kanal haben ich muss mal schauen das ist äh der Dungeon sollen wir mal Symphonius komm gehen wir mal zu Symphonius und danach könnten wir das Spiel machen das hier ist Archäologie ich muss mal gucken das ist Freitag Freitag äh Arati Blizzard ist auch noch sollten wir vielleicht heute auch nochmal reingehen mal gucken ich muss mal schauen wie ich lustig bin wie ich Zeit habe heute ist ja auch Stream vielleicht machen wir das im Stream nachher Hallöchen ja du bist schrecklich ich kümmere mich dann mal um den Typen hier und ja ich mache das immer noch als ich finde das so ungewohnt wenn man auf dem Alpha Server ist dass dass ich da in der Standardgestalt rumlaufe ich kann ja leider im Moment nichts moggen das ist ja ganz ganz schrecklich ne aber schreibt mir ja ruhig gerne unten mal rein was ich weiß nicht ob ich ob ich wer eine Klasse für euch angucken soll was ihr sehen wollt ne können wir gerne alles machen ach komm ich werde ja noch stehen egal ach komm mal ach komm mal das kleinchen hier über die gerufen haben so ne wo war ich ähm auf jeden Fall die Suns ich habe da echt lange echt lange geschaut was war das was war das Wichterin jo ähm wie ich die haben möchte ich habe jetzt was gefunden bei Iron Man sieht man es schon die Playlist habe ich heute schon fertig gemacht und ich denke genau in der Richtung werden wir es auch lassen ähm ja machen wir die noch dann sind wir fertig ah wo ist sie denn da ist sie und ich glaube ne eine müssen wir gleich noch Weltboss haben wir auch noch nicht gemacht sollten wir alles wir haben heute noch ein bisschen was zu tun und mythisch haben wir ja auch noch nicht gemacht diese Woche es war halt äh letzte Woche alles ein bisschen anstrengend danke auf jeden Fall nochmal an alle für die Glückwünsche ähm es ist Gott sei Dank äh nichts Schlimmes ist auch wieder zu Hause und nervt meine Mama ja alles gut gegangen so gucken wir mal mein Lieblings das Spiel weiß ich mal verkacke mal kurz aufpassen ja den soll ich noch nicht kriegen so jetzt haben wir vier ich bin so schlecht da drin so das ist der jawoll guck mal guck mal das muss ich dehnen oh 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 richtig? wow mal gucken wir mal der ist er das? wow ich bin beeindruckt von mir selber heute ist nicht wahr ich hab's geschafft so dann holen wir jetzt mal unsere Kiste ab das sind ja beide ne da ist die Archäologie-Quest ich weiß gar nicht ist die zwei Wochen jetzt oder? da fehlt mir ja auch noch der Erfolg ne ich verkack das immer ich verkack das immer in dem Moment war die Quest nicht hier? ne die war auch glaub ich auch da drin ich verkack das immer die Quest ähm Vorräte vom Hof oh eine Paragonkiste jawoll äh gucken wir ja direkt mal rein wa? zack kuriöse Münze nein Knoppers Knoppers aber können uns mal die ganze Art Fuckmacht reinpfeifen schade oder nix also im Moment ist echt ne Katastrophe so ich müsste auch mal gucken ich hab glaube ich auch genug Marken einmal bei C Zeit verloren ne ich glaub 5000 brauchen wir ne ja die die Time Dungeons müsste ich da wohl noch machen eigentlich wollte ich das schon längst gemacht haben aber wie gesagt wenn man privat wenn was dazwischen kommt dann funktioniert das leider alles nicht so wie man es sich wünscht so ich hab dann jetzt die Kiste gemacht ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen hoffe ihr habt einen schönen Tag lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder wenn es heißt ja nein ich danke euch auf jeden Fall bis dahin Bye 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 Bye